Hallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen heute mal ein Gruselspezial im Star Wars Universum und zwar für das alte Battlefront 2 spielen wir die Zombie Mod und dafür spielen wir hier auf der Tente vor und wir spielen am Anfang natürlich als Zombie. Wir sehen schon, wir sind hier als Stormtrooper Zombie unterwegs und wir können jetzt, wow, spawnen neben den Gegnern und direkt erschossen werden. Wir haben jetzt 60 verschiedene KI Gegner hier im Team und wir müssen diese infizieren gehen, zack, indem wir die halt einfach ganz normal umboxen und je mehr Leute wir umgebracht haben, desto mehr Zombies haben wir. Jetzt haben wir zum Beispiel in unserem Team, können wir das hier irgendwo nachschauen, ich denke schon eigentlich, aber wo? Da oben steht es, drei, drei, oh nee, es sind sogar 100 Gegner, es sind sogar 100 Gegner, 100 gegnerische Leute, die wir infizieren müssen und dafür haben wir eine bestimmte, wow, eine bestimmte Zeit. Wir sehen schon, der Anfang ist natürlich ein wenig häufig, aber je mehr Leute als Zombie hier rein spawnen, desto mehr haben wir auch natürlich die hier als, äh, ja, Zombie kommen und, ähm, mir helfen und desto weniger Leute sind bei den Gegnern. Das heißt, es ist wie bei Ewok-Jagd beispielsweise, dass die Leute, die als normaler Truppler sterben, dann zu Zombies werden. Das Ganze werden wir natürlich gleich auch nochmal umdrehen, da werde ich dann als normaler Truppler spielen und versuchen, äh, möglichst lange zu überleben, aber ob das Ganze mir gelingen wird, ist natürlich fraglich. So, jetzt ist der ganze Raum voll, boxt euch durch, Zombie-Freunde, los! Boah, da waren einfach zu viele, aber wir sehen schon, guck mal, wie viele Leute da schon als Zombie reinkommen und wie viele als normale nur noch. Das ist schon 34 gegen 60 nur noch, also jetzt wird's langsam knapp, die horten sich auch schon zusammen, die Leute erschießen uns hier, aber so langsam wird das Schiff immer mehr bevölkert von den bösen Zombies. Die Mod ist ultra, ultra cool, ich würde mir so eine Mod oder so einen Modus auch für das neue Battlefront wünschen, fände ich auf jeden Fall hammermäßig. So, komm, schnell, schnurfen wir zu ihm hin. Das erinnert auch so ein bisschen an, wow, 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 an den einen, ähm, Roman, den es gibt, der heißt dann auch Der Todeskreuzer oder, äh, Death Troopers auf Englisch. Da ist noch ein Leben da und, ähm, da ist es dann auch so, dass, äh, so ein Kreuzer der Imperialen, also ein Sternzerstörer, ähm, ja, von Zombies oder mehr oder weniger Zombies reingesucht wird von so einem Virus. Und, äh, ja, da sind dann Chewbacca und dann Solo und müssen sich da durchkämpfen durch ihre Abenteuer. Ich hab den selber nicht gelesen, aber ich habe schon häufiger gehört, dass der sogar ganz, ganz gut sein soll dafür, was er eigentlich darstellt. Weil eigentlich ist es ja alles so ein bisschen Fiction oder Fanfiction, dass man hier, boah, jetzt meine Zombie-Armee, los, Leute, greift an. Es ist ja so ein bisschen Fanfiction, dass man im, äh, Star Wars-Universum irgendwie so Horror-Elemente einfügt. Was haltet ihr davon? Hättet ihr da Bock drauf auf so ein ganzes, äh, Spiel in dem Sinne? Oder sagt ihr euch so, nee, Mann, das ist gut für so eine Mod, aber sonst ist es doch Quark. Wir haben gewonnen als Zombies, das war jetzt nicht so schwer. Gucken wir mal, ob wir das Ganze natürlich auch umgedreht hinkriegen. Hier sehen wir schon die ganzen Bots. Wie viele hab ich denn erwischt? Ich hab hier neun Leute, nee, 32 Leute hab ich erwischt anscheinend und bin neunmal gestorben. Kann man so hinnehmen? Kann man so hinnehmen. Wir gucken mal, wie es jetzt sein wird, wenn wir als Guter spielen. Also wenn wir hier die ganz normalen, äh, ja, Imperialen jetzt spielen können. Oh, hey, warte mal, ich will doch schon, ich will schon als, ich will schon als Imperialer starten. Einen Moment. So, jetzt haben wir es nicht gekriegt. Das hat irgendwie eben gerade automatisch ausgewählt. Jetzt sind wir hier ein ganz normaler Stormtrooper und jetzt ist irgendein Bot der Zombie. Also wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Müssen auf jeden Fall auf die Minimap achten. Müsst auf jeden Fall gucken, wo der gute Mann startet. Und müssen uns vielleicht auch in irgendeine bestimmte, äh, ja, Situation bringen. Jetzt am Anfang kann ich hier noch so ein bisschen offen rumrennen, aber das wird wahrscheinlich nicht so smart sein. Hier zum Beispiel haben wir einen Weg, oder ein, ein, ein Dings, wo es drei Gänge gibt, einen Raum. Ist vielleicht auch nicht so optimal. Wir müssen irgendwas finden, wo wir so einen möglichst langen Gang haben. Beispielsweise hier. Kann man da noch rein? Nee, aber hier wäre schon mal so einigermaßen gut. Es muss bestimmt eine richtig, richtig gute Stelle hier geben, wo wir uns richtig gut verbarrikadieren können. Wo wir möglichst nur eine Tür haben vor uns, wo die Gegner dann herkommen, die ganzen Zombies. Weil das wird nicht lange auf sich warten lassen, bis der gute Mann irgendwo Gegner besiegt hat. Und dann müssen wir natürlich versuchen, hier möglichst lange zu überleben. Hier sieht es ganz gut aus, ne? Das Ding sieht eigentlich nach dem besten Gang aus. Jetzt sehen wir schon oben in der Mitte, fünf Leute hat er schon erwischt. Ich bin uns jetzt noch keinem begegnet von denen. Ich weiß auch nicht genau, ob die einen One-Shotten. Es sah mir teilweise so aus, als ob man zwei Schläge braucht. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Man hört schon die Todesschreie. Oh, das ist ja auch... Oh, 24 schon! Also ich muss... Ich glaube, ich bleibe jetzt hier erstmal so ein bisschen. Kann das Ganze natürlich auch... Oh, da ist schon der Erste. Kann das Ganze natürlich auch hier so in Ego-Sicht spielen. Bleibt aber erstmal so. Wir können das Ganze ja auch nochmal wiederholen. Also wenn es euch gefällt, schreibt es gerne. Huha! Das war jetzt ja ungerecht. Der ist ja direkt neben mir gespawnt. Ich bin... Das ist ja unfair! Unfair! Spawn-Punkte kenne ich natürlich nicht auswendig. Aber hey. Das sah ja witzig aus. Das versuche ich nochmal, diesen Sprung. Nein! Oxynom! Ja, gute Zombie-Freunde. Da komm, ey, ich muss nochmal... Ich will nochmal diesen Sprung machen. Ne, das war eben anders. Das hat er eben irgendwie so... Vielleicht muss man vorher sprinten. Eben ist er doch so mit so einem Hechtsprung nach vorne. Das sah zumindest so aus. Sieg! Das ging schnell. Na gut, ich versuche es nochmal als Truppler. Einen Moment. So, jetzt noch einmal als Truppler rein hier. Die Stelle ist zwar nicht schlecht, aber wenn die da spawnen können, ist das ja gemein. Dann muss ich mich ja wirklich hier ans Ende stellen, damit das noch einigermaßen gut klappt. Ich werde am Anfang mal so ein bisschen durch die Gegend laufen, bis hier ein bisschen mehr Action passiert. Jetzt also wieder der gegnerische Typ irgendwo. Der ist hier schon. Die schießen doch hier alle. Die sind alle so versammelt. Eieiei, aber was sagt ihr denn dazu? Hättet ihr Bock auf sowas in der Form im neuen Battlefront? Das könnte man ja richtig gut umsetzen, beispielsweise in der Todesstern-Map, oder? Oh, da ist er anscheinend. Der schießt hier zumindest gegen. Ne. Alles clear, alles clear. Hier sieht es auch gar nicht so schlecht aus. Aber hier können sie auch von allen Seiten kommen. Also das stelle ich mir im Multiplayer auf jeden Fall richtig, richtig witzig vor. Auch im aktuellen Teil, wie gesagt, Todesstern wäre eine coole Map, wo man dann auch so möglichst enge Gänge hat, wo man dann als Zombie halt die Chance hat, wirklich viele zu erwischen. Hier ist auch gar nicht so schlecht, oder? Nein, gut, hier kann er auf jeden Fall. Solange er nicht direkt neben einem spawnen, ist auch alles in Ordnung. Jetzt hat er noch keinen erwischt. Doch, jetzt hat er einen. Jetzt hat er einen. Und das wandelt sich ganz schnell, das summiert sich unfassbar schnell, ne? Eben hatte der auch gerade einen und schon waren es auf einmal zwei. Ah, da ist er, da ist er. Oh mein Gott, das ist der Nächste. Ah, sie kommen alle. Was denn? Oh, ich gehe jetzt hier hinten in mein Versteck. Auf einmal hatte er 20. Okay, jetzt sind sie da oben oder da vorne schon wieder. Man könnte sich natürlich auch versuchen, bei irgendeiner Art Heilroboter hinzustellen, weil ich glaube, er hat wirklich zwei Schläge gebraucht beim letzten Mal. Halt nicht so weit nach vorne. Wir versuchen diesmal die Feige-Taktik hier, die Feige-Taktik. Wir gehen mal in die Ego-Sicht auch. Jetzt hat man ein bisschen mehr Immersion drinne hier, dass man hier mitten im Geschehen-Feeling hat. Ah, die fokussieren auch auf mich, oder? Der hätte jetzt auch den da boxen können. Ich hätte ja auch mal einen anderen nehmen können. Ich habe jetzt hier immer den. Ich hätte auch mit dem den Techniker nehmen können. Also eine andere Klasse, weil der hätte ja die Schrotflinde. Ich habe jetzt hier den ganz normalen Stormtrooper. Und er hat schon wieder 20. Beim letzten Mal wurde ich jetzt so in dieser Zeit gefangen. Aber ich stelle mich diesmal hier ganz ans Eck auf jeden Fall. Ja, guck mal, wie da an allen vorbeirennen. Die fokussieren einen echt, ne? Irgendwann werden hier so viele reinlaufen. Ich sehe das schon kommen. Wo werfe ich denn eigentlich die Granate? Hier, oder? Ja, okay. Kommt nur her, ihr Zombie-Viecher. Ich warte auf euch. Also hammermäßig. Ist nur eine Mod. Ist aber eine richtig coole Mod. Jetzt haben sie schon mehr. Oh mein Gott, die kalten ja echt viel aus. Jetzt sind schon mehr Zombies, als es normale sind. Also so langsam. Muss man hier aufpassen. Ich kann auch reinzoomen. Okay, immer schön auf den Kopf schießen. Nachladen. Alter, das werden gleich so viele sein. Das sind schon 87 Leute. What's on meat? Ah, die spawnen so nah. So nah können die spawnen. Okay, das war wahrscheinlich das nächste, was... Oh mein Gott. Granate. Schieß, schieß, schieß. Ah, da kommt schon der Nächste. Okay, schnell nachladen. Die Chance nutzen, wo keiner hier ist. Oh mein Gott, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Der springt auch noch. Hier wieder Granate rein. Aber der braucht eine ganze Weile, bis er dann wieder wechselt. Oh. Oh mein Gott. Was würdet ihr denn machen in der Situation? Nein. Da sind wir erwischt worden. Aber wie viele kamen denn da auch? Das war ja unmöglich. Ich werde mal ein bisschen an den Einstellungen rumsprobieren. Und mal gucken, wie es dann ist. Also bis gleich. So, diesmal versuchen wir wieder unser Glück als Zombie. Und ich sehe schon, hier kann man auch noch natürlich die verschiedenen Sachen nehmen. Wir nehmen mal den Offizier. Der sieht natürlich cool aus. Ich habe jetzt weniger Leute eingestellt. Ihr seht oben in der Mitte, es sind nur 50 Gegner. Allerdings sollen sie dafür jetzt schwieriger sein. Also die Gegner sollen besser sein. Wir werden mal sehen, ob das Ganze sich... Oh, da hat sich einer hochgesprengt. Wir werden mal sehen, ob das Ganze so wirklich klappt. Natürlich einmal nochmal so und einmal nochmal gleich... Oh, da wurden wir besiegt. Einmal nochmal gleich als Normalo. Man muss fünf Minuten überleben. Leider kann man das nicht runterschrauben. Das ist ein bisschen schade, weil fünf Minuten ist wirklich unfassbar lange. Und ich habe auch schon wieder ein paar erwischt. Fünf Minuten, das Ganze zu überleben, wird wahrscheinlich so gut wie unmöglich sein. Ich weiß nicht, wie lange ich davor überlebt hatte, als ich alleine da im Gang stand. Aber das waren sicherlich keine fünf Minuten. Das waren vielleicht zwei, drei. Aber so ein Modus hier für Battlefront 2, ich fände ihn richtig nice. Übrigens, für die Leute, die sich fragen, man kann diesen Modus tatsächlich nur auf dieser Map hier spielen. Ist nicht so, dass die sich am ehesten anbietet und ich jetzt die anderen nicht zeige. Aber Tent of Four ist die einzige Map, wo das hier geht. Genauso die Ära. Also man kann jetzt hier auch nicht Klone gegen Separatisten spielen oder so. Sondern man muss auf mich umzuboxen. Sondern man muss hier so spielen. Und wir haben so gut wie gewonnen noch zwei Gegner. Mal schauen, wie das Ganze jetzt nochmal als Imperialer aussieht. Ob wir das besser hinkriegen. Gucken wir mal. So, diesmal wieder als Imperialer rein. Und wir nehmen natürlich, wie schon eben gesagt, mal eine andere Truppe. Am besten hier den Techniker. Weil der hat seine Shotgun. Ist eigentlich gar nicht so schade. Ah, doch, hier ist eine Tür. Okay. Wir sehen schon wieder oben, ne? 50 bei uns. Einer bei denen. Mal gucken, ob das klappt. Zehn Sekunden haben wir auch schon überstanden. Aber zehn Sekunden ist nix. Wir müssen fünf Minuten durchhalten, damit wir das gewinnen. Im Grunde, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Aber wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Vielleicht kann man sich auch irgendwie an eine Stelle bringen, wo man nicht gut getroffen werden kann. Also sagen wir mal hier hochspringen oder so. Ja, das bringt jetzt nichts. Da müssen wir wahrscheinlich ein Stückchen höher sein irgendwo. Oder hier auf so was hier oben drauf. Wenn er jetzt schießt, bin ich dann dadurch tot, ist die Frage. Da kommen wir immer mal wieder so einen Strahl rein. Oder erwischen sie einen hier von unten? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleibe hier oben mal einfach sitzen und gucke mal. Und warte mal ab, was passiert. Die müssen ja auch so eine Art Wegfindung zu einem finden, damit sie einen erwischen können. Die Zombies. Es hat schon elf Leute erwischt. Ich kann hier auch mal so ein paar Miene. Gott. Da creept er umher. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Bug-Using, was ich hier mache. Die kommen und wissen nicht, wie sie herkommen sollen. Zumindest schaut er mich doof an. Na gut. Komm. Wir wollen ja auf jeden Fall nicht Bug-usen. Deswegen gehen wir hier runter. Versuchen unser Glück natürlich mit fairem Kampf. Ja, das ist ein normaler. Hinter mir sind Zombies. Ich lege auf jeden Fall meine Mienen hier mal schon mal hin. Ein Zombie. Der mir. Alles. Oh mein Gott. Wow. Das wäre natürlich noch cooler, wenn das ein bisschen dunkler wäre hier, die Stimmung. Das wäre natürlich nice. Und so ein paar Flackerlichter und so. Also man kann sich das schon vorstellen, in den aktuellen Spielen, wie so ein Modus da aussehen würde. Ah, schade, schade, schade. Ich will das aber nochmal versuchen. Bloß diesmal stelle ich mich dann mit dem Techniker anders an. Wir haben sowieso so gut wie gewonnen jetzt. Ist noch ein Gegner übrig. Und dann war es das auch schon wieder mit der Runde hier. Der Sieg. Na gut. Also bis gleich. So, jetzt geht es wieder rund mit dem Offizier. Oder mit dem Techniker ist er eigentlich. Der heißt ja gar nicht, der Offizier. Und jetzt suchen wir uns wieder mal eine gute Stelle aus, wo wir uns gut hinstellen können, um uns zu verteidigen vor den bösen kommenden Zombie-Horden. Bis jetzt sind sie noch nicht groß unterwegs. Ich gehe ja dauernd durch die Waffenkammer durch. Wie gesagt, das wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, sich so hier hinzustellen. Hier hinter so einem Tisch. Hier ist auch noch so ein Heil-Bot. Eigentlich wäre es noch besser, wenn es ein Munitions-Bot wäre. Der da. Vielleicht ist es hier eigentlich gar nicht so schlecht. Guck mal da nicht drauf. Auf die Kiste. Doch, doch. Bitte. Ich versuche es hier nochmal. Ich versuche es hier nochmal, weil ich glaube, das ist gar nicht so doof. Muss ich das selber zünden? Oh ja. Tschüss. Das ist aber auch nicht schlecht, wenn ich das selber zünden muss. Dann kann ich das ja hier so hinlegen. Ich hole mir nochmal neue Munition bei dem hier. Ja, komm. Noch ein, noch ein. Ja, sehr gut. So, drei neue Detonationsladungen. Wenn es knapp wird, kann ich das auf jeden Fall sprengen. Jetzt die Frage, stelle ich mich hier links vom Stuhl hin? Weil hier kann es auch noch sein, dass der recht Schwierigkeiten hat, hier so durchzulaufen. Kann ein Vorteil sein für mich. Kann aber auch ein Nachteil für mich sein, ne? Da oben glitzert oder ist die Leitung durchtrennt. Auf jeden Fall. Ah ja, ja, ja. Sehr schön, sehr schön. So, wie viele Zombies sind es denn schon? Vier. Wir haben eine Minute 30 schon überlebt. Das ist jetzt der beste Attempt, würde ich sagen. Der beste Versuch. Aber wenn sie da kommen, ist es natürlich blöd. Da liegt meine Mine nicht gut. Ich habe hier einen sehr weiten Winkel, den ich abdecken muss. Und nicht vergessen, das Ding ist immer noch eine Shotgun. Deswegen. Okay, den haben wir schon mal bestreitet. Oh, oh. Mach die Zündung, mach die. Ah, oh mein Gott. Von wegen der Zündung. Ich hatte das Munitionspack auf einmal. Oh, oh, oh. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich fettfinger hier voll durch die Gegend. Ist es ein Böser? Ist es ein Böser? Oh, haha. Scheiße. Lasst wieder ein Zombie. Ich kann nicht voll nicht unter... Oh, die sind alle. Lass mich weg. Nein. Ey, da waren... Das ist richtig witzig, weil die haben das ja hier so eingestellt, dass... Dass die Zombies direkt da spawnen, wo derjenige gestorben ist. Und dann sehe ich so zwei Lebende so hinter mir da hinrennen. Und dann denkst du, ja, cool, die halten den da auf. Und auf einmal drehe ich mich um und es sind wieder zwei Zombies, die zwei neue. Ach, Mann. Der Modus macht auf jeden Fall super viel Spaß. Ich würde sagen, nochmal versuche ich es nicht. Das ist schon so das Beste, was ich hinkriegen kann hier. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.